Drei Jahre ist das Lied, ne? Ja, drei Jahre müsste es sein. Hat sich auch viel getan seitdem. Ist ja noch ein bisschen verändert in der Welt. Mit uns mitgegangen. Neuen Text gab es noch dazu. Einen neuen Chorus. Einen neuen Grundbeat. Rock'n'Roll Reiner hat einen neuen Grundbeat geschrieben. Aber eins ist immer geblieben, ne? Der Spirit von dem Song. Hass, Gier, Neid. All den Dreck, den man tagtäglich hat. Ego Maniac. Ja, darüber ging der Song. Und wir haben dann den neuen Text, weiß ich noch, habe ich dann ein bisschen in den Wild West Feeling und eine Szenerie gepackt. Dann kam Bert John rein. Und dann kam Bert John, ja. Der auch auf unserer EP jetzt noch drauf ist. Das war ja praktisch der Ideengeber. Und jetzt unser Teil von uns ist ja irgendwo, ne? Der, der uns ewig antreibt, das zu machen. Der Anti-Held, ne? Deswegen schreiben wir es raus. Hey, Bert John's my name. Ja, hört rein. Rock'n egomaniac. His name is Stix. And he likes to have sex! Yeah! Da-da-da-da-da. Hey, Bert John's my name. I'm looking through your hearts, we're getting clashing fame. Hey, it's an evil game. The gold just sold me wild until they got me insane. I don't live a lie. I'm not a person of a fantasy. I'm not a person of a fantasy. Oh-oh-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah. I'm not a person of a fantasy. I'm not a person. It's an evil fan. I'm not a person of a fantasy. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017